so hallo zusammen ich bin es mal wieder ja wir sind finden zwar gerade in einer stream aufnahme allerdings ja wollte ich das ganze auch auf youtube stellen jetzt verbinde ich das ganze einfach mal mit diesem stream bzw hinterher mit diesem video möchte ich euch mal präsentieren was für eine richtung sich wohl entwickeln könnte wenn man davon ausgeht dass es 2019 ziemlich viel glück hat mit der community als auch mit der begeisterung für das spiel an sich ich möchte euch mal zeigen das habt ihr vielleicht vorher schon in anderen videos gesehen ich weiß nicht genau wie die reihenfolge der hochgeladen videos aussehen wird aber ich denke mal ihr werdet es schon zu gesicht bekommen haben das was ich mir gerade ausgesucht habe als spielbares killung wenn man so will ist ich habe ihn gerade in einem stream titel als toxic hunter bezeichnet ich finde das eigentlich ein ganz lustiger ausdruck ehrlich gesagt ich habe mich darauf spezialisiert dass ich mit zwei also spezialisiert heißt ich habe mich dafür entschieden da es ja im moment mit talenten noch sehr schwierig ist dass ich sehr auf ja meinen schaden auf gift auslege interessanterweise hat sich das ähnlich wie ein diablo so ergeben dass ich items gefunden habe und diese items wiederum ohne dass es jetzt jetzt in diesem spiel bis jetzt gibt und vielleicht auch nie geben wird aber diese items die ich gefunden habe haben mir halt eine gewisse möglichkeit ja eröffnet wenn man so will das heißt ich habe relativ früh eine gelbe pistole gefunden mit zwei sockeln und habe dafür nicht entschieden irgendwie ist doch hier so gift schaden gerade am sinnvollsten ich finde die animation super cool ich finde den dort schaden sehr gut und ich mag einfach dieses mit zwei pistolen gerade schießen ich finde die animation überragend und es ist halt mal so mal was anderes wenn man so will lustigerweise das hat hat man vielleicht in dem einen video schon gesehen das war der stream mitschnitt wo ich mit carsten zusammen im koop gespielt habe dadurch ist dieser charakter auch level 10 geworden habe ich dann so ein ring gefunden und dieser ring hat mir gezeigt okay ist ja ganz cool du willst sowieso schon in die gift richtung gehen also in deine toxic hunter von mir selbst überlegt selbst ausgelegt dieser begriff gibt es bestimmt noch nicht aber egal du willst diesen toxic hunter spielen dann ist doch dieser ring gerade genau das richtige und lustigerweise habe ich diesen ring dann nochmal gefunden und dann war ich mir halt noch mehr im klaren darüber dass ich diese spielweise beibehalten möchte und von daher ist es jetzt auch so dass ich mir auch überlegt habe wenn man halt schon so wenig im moment im spiel einstellen kann weil es keine talente und damit keine wirklichen klassen gibt dass man sich zumindest gedanken darüber macht wie ist denn die spielweise möchte ich eine klasse spielen die gerade eher langsam agiert das heißt die versucht die gegner zu sich kommen zu lassen und damit halt zb über dort schaden agiert oder über slow effekte oder möchte ich eine klasse haben die einfach burst der mensch hat und durch den toxic der mensch also durch den gift schaden und durch diesen diese dots ist es eben so dass ich an sich ganz gut aufgestellt bin was das anbelangt von daher habe ich mich dazu entschieden wenn man hier rechtsklick auf mit der maus drauf geht aber ich mich erstmal dazu entschieden dass ich reduce rage cost nehme damit ich diese die vielleicht stärkste fähigkeit überhaupt spammen kann und als zweite rune habe ich dann erst mal increase the amount of projectiles genommen weil ich das wusste ich zu dem zeitpunkt nicht diesen unique bogen der mir zwei weitere pfeile ermöglicht weil ich die noch nicht gefunden hatte lustigerweise habe ich den auch hinterher gefunden aber ich benutze ihn nicht einfach weil ohne diesen bogen also mit diesem bogen bringt mir meine gesamte ausrichtung nämlich nichts denn wie man ja sehen kann sind beide waffen ja hier klar auf gift schaden ausgelegt und da mein gift schaden nähe vor allem so durch die ringe dass ich diesen ring den ich zweimal gefunden haben profitiert es ist ja klar dass wenn ich jetzt hier diesen bogen nehme das sieht man auch hier an dem damage an der rate an sich dann springt der damage von 13,9 bei diesem bogen auf 40 das liegt vor allem daran dass eben die ringe genau diese spielweise dieser orientierung wenn man so will unterstützen genau deswegen habe ich dann auch gesagt okay ich habe also schon relativ krassen burst bild von daher werde ich die phantom blades auch so auslegen habe ich also dazu entschieden dass ich die phantom blades jetzt hier erstmal increase area of effect nehme also mehr aoe damage da mit dieser circle den brauche ich in dem sinne nicht ich will ja dass die schnell fliegen die klingen und sie sollen eine bestimmte richtung gehen ich brauche diesen diesen kreiseffekt nicht unbedingt weil dieser kreiseffekt wieder eher ja er dafür gut wäre wenn man versucht ein bisschen langsamer ein bisschen strategischer vorzugehen aber jetzt da mein gear relativ gut geworden ist ist das eben nicht mehr notwendig und von daher versuche ich halt so gut wie mit innerhalb dieser dieses runen systems auch hier dass man die charges also dass man die phantom blades sehr schnell benutzen kann sehr schnell hintereinander versuche ich einfach generell so eine art burst halt hinzubekommen der unterschied ist hier nur dass bei aeros whale bei diesen pfeilen dass es da nicht wirklich notwendig ist weil diese pfeile die setze ich nur dann ein wenn ich wirklich der meinung bin ich brauche die jetzt zum beispiel wenn es ein monster ist das wirklich viel hp hat und dann bin ich der meinung dass der cooldown sich nicht lohnt weil man ihn ja weil man die fähigkeit nicht spammen möchte ähnlich also im gegensatz zu phantom blades sondern dass man dann sagt okay dann nehme ich eher den feuerschaden mit und der feuerschaden wiederum der ist sowieso ganz vorteilhaft gerade wenn ich sowieso ja gift schaden habe also sprich zwei dot effekte unterstützt ja meine auslegung dann umso mehr und dann wiederum habe ich hier nochmal ein slow genommen einfach weil dieser direkt schaden auch hier wieder der direkt schaden wird mir nur dann was bringen wenn ich diese fähigkeit auch viel öfter einsetzen würde das heißt ich würde die öfter einsetzen und der schaden wird schneller kommen aber da ich ja bei dieser fähigkeit im gegensatz zu der und hier den stings eher darauf schaue wann genau ich die einsetze und in was für einem gegen was für gegner habe ich mich eben dazu dann entschieden dass ich dann hier den slow mit reinnehmen und den slow dann hier mit dem feier damage mit dem feuerschaden kombiniere aber sonst halt voll auf burst damit stehe und das schöne an dieser dieser spielweise beziehungsweise an der beta phase im moment ist dass auch wenn es die talente und damit die skillung an sich ja noch gar nicht gibt dass man trotzdem so langsam einen eindruck davon bekommt in was für eine richtung man gehen kann die man selbst aber sich vielleicht überlegt hat aber natürlich abhängig von den items die man gerade findet natürlich wenn ich jetzt schon gift schaden habe durch die ringe ist es natürlich sinnvoll dass wenn ich jetzt wieder eine waffe finde dass ich dann weiterhin natürlich die gift ähm edelsteine nutze wäre jetzt schwachsinnig irgendwie auf feuer oder frost oder was auch immer zu gehen aber ähnlich wie in diablo und in diablo ist es ja vor allem durch die sets gegeben ist es eben so dass mir die items jetzt hier die basis geben oder die basis dazu schaffen aber die spielweise die ich für mich jetzt in demseln mir überlegt habe die werde ich halt versuchen so gut wie möglich halt umzusetzen und freue mich natürlich dann um genau auf genau oder über genau die items die genau diese spielweise dann eben auch unterstützen heißt also dass ich im moment versuche das ist jetzt die idee dieses videos aber auch des streams hinterher oder der streams der ment läuft dass ich jetzt noch obwohl der char relativ gut equipped ist versucht noch ein paar items zu finden zu finden vor allem was das amulett anbelangt das hat halt toxic damit von daher ist es eigentlich ganz okay aber das hat halt keine agility also keine beweglichkeit hat kein crit hat kein attack speed also ist es halt eigentlich ein schlechtes amulett und ich habe halt noch so drei slots die wirklich sehr schlecht sind und die versuche ich jetzt noch irgendwie wobei die brust mit attacks critical hit chance ist gar nicht mal so schlecht auch wenn sie blau ist und die versuche ich jetzt im laufe des streams und vielleicht auch im laufe der aufnahme dann noch irgendwie zu auszumerzen dieses gewisse manko aber wie man gleich auch sehen kann ist der damage den ich jetzt schon habe und vor allem und das ist das interessante es liegt nicht nur an den waffen weil wenn man sich das hier anschaut wenn ich die waffen einfach switche wenn ich jetzt hier den bogen jetzt zum beispiel nehme und der hat dreimal gift drauf also können wir sicher denken okay es liegt nur an dem gift aber wenn es da liegen würde nur an der waffe dann wird der schaden ja ähnlich bleiben der ist jetzt bei 32,4 aber glaubt mir der schaden wird weitaus oder fällt weitaus schlechter aus und das liegt vor allem daran dass dass diese spielweise meiner meinung nach vor allem sehr von crit und von attack speed halt profitiert und dies habe ich vor allem auf den waffen drauf und auf diesem bogen zum beispiel hier gerade überhaupt nicht und von daher kann man schon festhalten dass vor allem diese beiden ringe meine skillung wenn man es so nennen möchte auch wenn es noch wirklich keine talent in der art und weise gibt trotzdem irgendwie unterstützen und genau das ist das schöne daran dass ich jetzt schon einen eindruck davon bekomme was für eine richtung sehe ich meine spielweise und letztlich irgendwie auch meinen charakter meine meine klasse ich habe jetzt gerade gesehen ryker hat ein video veröffentlicht und er hat geschrieben irgendwie koop archer und dieses archer das ist eine art bogenschütze das ist halt auch wieder nur so ein übergeordneter begriff weil wir davon überhaupt nicht sprechen können können wir nur davon sprechen dass wir einen charakter spielen der hat eine waffe gefunden und die waffe gibt ungefähr die spielweise vor das heißt ich spiele jetzt hier mit bogen damit ich ungefähr archer also bogenschütze was ich gerade spiele ist halt pistolere wenn man so will mit zwei pistolen zu dass man mit zwei pistolen umgeht und ich habe jetzt halt diesen diesen lustigen begriff oder diese diesen eher so zweideutigen begriff toxikanter mir ausgesucht ich finde da eigentlich ganz ja ganz cool und das ist halt aber jetzt auch schon so eine idee die ich mir auch schon jetzt im hinblick auf die späteren beta phasen überlegen kann weil mir diese spielweise gerade mit diesen pistolen und diese verbindung mit dem gift und gerade diese gift explosion die ihr gleich noch sehen werdet unglaublich viel spaß jetzt schon macht und wenn ich jetzt überlege dass das talent system jetzt auch schon drin wäre und ich jetzt zum beispiel noch talente hätte die meinen gift schaden noch erhöhen oder das dass ich vielleicht ja dass ich mehr crit chance habe wenn ich gift fähigkeiten benutze oder so und dafür dass das spiel noch in so einer so einem frühen stadium sich zumindest stand jetzt was die beta die technische beta anbelangt befindet ist das spielgefühl das habe ich auch schon mehreren videos gesagt auch schon in streams mehrmals gesagt jetzt schon so überragend dass ich obwohl es in dem spiel wirklich nicht viel zu tun gibt außer ein dann schon immer wieder und immer wieder abzulaufen den immer wieder neu zu starten er wird dann dem so eine wird der dungeon dann ja wenn man so will komplett neu neu generiert also in dem so eine random erstellt und halt noch ein paar items zu finden das ist das einzige was ich immer machen kann ich kann die die fähigkeit nicht weiter ausbauen die runen gehen nicht weiter ich habe nicht mehr fähigkeiten zur verfügung und auch das talent system an sich fehlt hat komplett und auch zum beispiel die die affixe der gegner zum beispiel fehlen das heißt eigentlich ist das spiel immer noch eine hülle aber es fühlt sich so langsam trotzdem immer mehr nach einem richtig guten spiel an und aus diesem grund das werdet ihr verstehen wenn ich mein letztes video veröffentliche das was ist so eine art fazit video zu dieser mtb 2 fühlt es sich einfach so an als würde es 2019 eines der vielleicht interessantesten spiele zumindest für mich halt werden können und ja jetzt zeige ich euch noch ein bisschen gameplay und ihr werdet sehen dass durch diese beiden waffen aber vor allem durch diese beiden ringe und ich würde sagen die ringe machen mehr aus als die waffen an sich mein schaden teilweise extrem explodiert ist ich weiß hat noch und das wird man als sehen können wenn man sich zum beispiel den stream mit von next gestern nacht anschaut da war es halt so als wir noch gelevelt haben da war ein monster das dieses monster wirbelt und macht an sich sehr viel mini damage aber und ich bin halt wirklich davor weggelaufen und hatte teilweise echt schiss davor dass wenn du einmal schaden bekommst dass du dann halt so gut wie tot bist jetzt aber mit dieser relativ okayen ausrüstung keine ahnung ignoriert teilweise schon die fähigkeiten des gegners weil es der einfach so schnell stirbt und das liegt einfach daran dass ich vor allem durch diese beiden ringe extrem buster mit dazu bekommen habe ja und wie man jetzt hier sehen kann habe ich durch die klingen vor allem den bürster mit ihr seht gerade auch diese gifte explosion das liegt daran dass ich auch einen ziemlich guten krit wert glaube ich gerade habe somit 73 prozent weapons damage finde ich auf level 10 schon gar nicht mal so schlecht und von daher kommt diese gifte explosion dass wirklich mehrere gegner getroffen werden halt immer öfter jetzt zu tage trifft zu tage hier tritt zu tage wollte ich sagen und das macht halt unglaublich viel laune weil sich halt es immer mehr nach nach der ausradierung anfühlt als dass die kämpfe keine ahnung teilweise 30 sekunden also dauern selbst die die größeren mobs sterben jetzt einfach schon so schnell Und das ist jetzt gerade nur die default attack die ich hier benutze also nur die ganz normalen pistolen schüsse Da sind zum beispiel jetzt hier die pfeile noch gar nicht drin die ich halt nutzen kann Zum slown oder dass ich die damit halt damit ein dot halt setze Also ist auf jeden fall schon auf einem richtig guten weg das spiel wie ich finde und ich kann persönlich nächstes jahr nicht abwarten Weil ich der meinung bin dass das spiel überragend Ausfallen wird in himlik auf 2019 Jetzt habe ich eine neue pistole gefunden Mal gucken wie die ist Ja die hat keinen sockel da brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken Ich brauche definitiv die sockel einfach damit der gift schaden Damit ich den halt weiterhin Davon so profitieren kann Ja wie sehen könnt es gibt halt immer mehr von diesen explosionen und das ist halt zu beginn viel weniger der fall gewesen Aber kommt jetzt eigentlich so gut wie fast bei jeder gruppe vor und das macht halt mega viel laune wie ich finde und gerade im koop Das sieht man vielleicht in einem anderen video Macht das spiel noch mehr spaß Also alleine macht das spiel zwar laune aber im koop Und wir haben jetzt nur zu zweit gespielt ich glaube zu viert wird das einfach richtig genial werden also Für mich auf jeden fall das spiel worauf ich mich 2019 am meisten freue Und man sieht auf jeden fall dass ich halt auch mega oft auch kritisch treffe Ja Vielleicht zu dem anfang wo ich noch level 5 oder so war ist es halt kommt oder auch Als ich level 10 geworden bin war mein damage so viel schlechter und das liegt vor allem an diesen ringen Und ich könnte glaube ich theoretisch jetzt auch noch legendary waffen oder so finden also legendary pistolen zum beispiel legendäre pistolen Und wenn die eben auch noch einen sockel haben sind die dann halt Können die halt auch super stark sein Ich weiß nicht genau wie viele legendäre items die jetzt gerade in der beta drin haben der tb2 Aber ich kann mir halt gut vorstellen Ja Dass da schon ein bisschen was implementiert ist und von daher Kann ich mir noch gut vorstellen dass ich diese drei slots theoretisch noch ein bisschen ersetzen kann Ja das war es eigentlich dazu das war das youtube video Ab jetzt lass ich den stream einfach so laufen und lass ein bisschen musik laufen Auf jeden fall ich hoffe es hat irgendwie einen gewissen eindruck irgendwie vermittelt Es geht nur mir nur darum dass auch wenn die talente gerade noch nicht drin sind Man kann aber einen eindruck davon bekommen was für eine richtung sich dieses spiel im nächsten jahr entwickeln wird Und mich persönlich begeistert es halt immer mehr und das ist einfach Vorm jahr meiner meinung nach so noch nicht absehen Also das konnte man vorm jahr so noch nicht voraussagen Da war man eher skeptisch in wie lange es noch dauert bis sich das wirklich mal nach dem spiel anfühlt Gut danke dafür und ja gut jetzt normaler stream Wenn irgendwelche fragen vorkommen sollten dann gerne hier rein in den chats und jo